In der Augsburger Altstadt nahmen alle seinen Anfang. Dort, wo heute die evangelische Barfüßer-Kirche steht. An diesem Ort kamen die ersten Franziskaner-Brüder an. Die ersten in ganz Deutschland. Vor genau 800 Jahren. Und hier soll das Jubiläum Barfuß im Herzen der Stadt auch gefeiert werden. Den Auftakt macht ein ökumenischer Gottesdienst am 20. Mai mit Bischof Bertram Mayer und Regionalbischof Axel Pieper. Und dann werden sich eine ganze Perlenkette von Veranstaltungen das ganze Jahr über Aneinanderreihen konkret gedacht. Es ist zum Beispiel ein wissenschaftliches Symposium zur Geschichte der Franziskanerinnen und Franziskaner in Deutschland. Es gibt aber auch Veranstaltungen, die für die Familie geeignet sind. Unsere allererste Veranstaltung am 15. Mai ist zum Beispiel eine Kinderführung, eine franziskanische Kinder- und Familienführung hier bei uns in unserer Kirche. Wir haben einen Puppentheaterspieler gewonnen, der ein Stück über Franziskus schreibt. Wir werden hier ein Konzert beherbergen zum Thema Sonne, Mond und Sterne von einer lutherischen Pfarrers-Folk-Band, die sich das zum Thema gemacht hat. Und so hoffen wir, dass es ein ganz lebendiges und abwechslungsreiches Programm sein wird. In der Barfüßer-Kirche erinnert der heilige Franziskus auf einem Schlussstein an die Spiritualität der Franziskaner, die von Beginn an die Stadtgesellschaft prägte. Bis heute besteht in Augsburg eine lebendige Zusammenarbeit der franziskanischen Schwestern vom benachbarten katholischen Kloster Maria Stern, der Dillinger Franziskanerinnen und der Barfüßer-Gemeinde, die im Zuge der Reformation protestantisch wurde. Das Jubiläum wird daher ökumenisch gefeiert. Was uns wichtig ist, dass wir diese lebendige Gemeinschaft hier vor Ort einfach bilden dürfen. Ganz unkompliziert und ganz schwesterlich, geschwisterlich, brüderlich. Wir sind hier mitten in der Stadt. Wir fühlen uns gewiesen an die Menschen. Und so wie Franziskus damals auch hat sich von Christus zu den Menschen gesandt gewusst und hat seine Jünger ausgesandt zu den Menschen. Und wir versuchen uns auch hier gemeinsam einfach aussenden zu lassen zu den Menschen, ohne zu fragen, wer ist evangelisch, katholisch oder einfach so auf der Suche. Und gar keiner Kirche vielleicht angehörig oder im Moment nicht angehörig, aber auf der Suche. Und wir versuchen da zu sein für die Menschen. Von Pfingsten bis Pfingsten. Ein ganzes Jahr lang soll das Jubiläum 800 Jahre FranziskanerInnen in Augsburg gefeiert werden. Alle Infos dazu erhalten Sie im Internet unter barfußimherzenderstadt.de Und wir versuchen da zu sein für die Menschen. Und dann kann ich die Menschen gleich noch etwas anschauen. Und dann kommt das KDD Blir.